Textbuch, Kapitel 9, Das Annehmen der Söhne, Nummer 1, Das Annehmen der Wirklichkeit, Teil 2, Seite 161, Absatz 8 bis 163. Kein rechtgesinnter Geist kann glauben, dass sein Wille stärker ist als Gottes Wille. Glaubt also ein Geist, sein Wille sei verschieden von dem Seinen, so kann er nur entscheiden, dass es entweder keinen Gott gibt oder dass der Wille Gottes furchterregend ist. Das Erste macht den Atheisten aus und das Letztere den Märtyrer, der glaubt, dass Gott Opfer verlangt. Jede dieser wahnsinnigen Entscheidungen löst Panik aus, weil der Atheist glaubt, er sei allein. Während der Märtyrer glaubt, Gott kreuzige ihn. Doch niemand will wirklich Verlassenheit oder Vergeltung, wenn auch viele beides suchen mögen. Kannst du den Heiligen Geist umgaben wie diese bitten und wirklich erwarten, dass du sie bekommst? Er kann dir nicht geben, was du nicht willst. Wenn du den Universalen Geber um das bittest, was du nicht willst, bittest du um etwas, was nicht gegeben werden kann, weil es nie erschaffen wurde. Es wurde nie erschaffen, weil es nie dein Wille für dich war. Letztendlich muss sich jeder an den Willen Gottes erinnern, weil letztendlich jeder sich selbst wiedererkennen muss. Dieses Wiedererkennen ist das Wiedererkennen, das sein Wille und der Wille Gottes eins sind. In der Gegenwart der Wahrheit gibt es keine Ungläubigen und kein Opfern. In der Sicherheit der Wirklichkeit ist Angst völlig bedeutungslos. Das zu verleugnen, was ist, kann nur furchterregend erscheinen. Angst kann nicht wirklich sein ohne Ursache und Gott ist die einzige Ursache. Gott ist Liebe und du willst ihn tatsächlich. Das ist dein Wille. Bitte darum und dir wird Antwort gegeben werden, weil du nur um das bittest, was dir gehört. Wenn du den Heiligen Geist um etwas bittest, was dich verletzen könnte, kann er dir keine Antwort geben, weil nichts dich verletzen kann und du somit um nichts bittest. Jeder Wunsch, der aus dem Ego stammt, ist ein Wunsch nach nichts und darum zu bitten, ist keine Bitte. Es ist nur eine Verleugnung in Form einer Bitte. Der Heilige Geist kümmert sich nicht um die Form, da er sich nur der Bedeutung bewusst ist. Das Ego kann den Heiligen Geist um nichts bitten, weil zwischen ihnen ein völliges Kommunikationsversagen herrscht. Du aber kannst alles vom Heiligen Geist erbitten, da deine Bitten an ihn wirklich sind, weil sie aus deiner Rechtgesinntheit kommen. Würde der Heilige Geist den Willen Gottes verleugnen? Und könnte er umhin, ihn in seinem Sohn wiederzuerkennen? Du merkst nicht, welche ungeheure Energieverschwendung du betreibst, um die Wahrheit zu verleugnen. Was würdest du über jemanden sagen, der darauf besteht, das Unmögliche zu versuchen, weil er glaubt, es zu erlangen, sei Erfolg? Der Glaube, dass du das Unmögliche haben musst, um glücklich zu sein, ist völlig unvereinbar mit dem Prinzip der Schöpfung. Gott könnte nicht wollen, dass das Glück von dem abhinge, was du niemals haben könntest. Die Tatsache, dass Gott Liebe ist, erfordert keinen Glauben, doch erfordert sie Annahme. Es ist dir in der Tat möglich, Tatsachen zu verleugnen, ob schon es dir unmöglich ist, sie zu verändern. Wenn du die Hände vor die Augen hältst, dann siehst du nicht, weil du die Gesetze des Sehens behinderst. Verleugnest du die Liebe, dann wirst du sie nicht erkennen, denn deine Mitwirkung ist das Gesetz ihres Seins. Gesetze, die du nicht gemacht hast, kannst du nicht verändern. Und die Gesetze des Glücks sind für dich und nicht von dir erschaffen worden. Jeder Versuch, das zu verleugnen, was ist, muss furchterregend sein. Und ist es ein energischer Versuch, so löst er Panik aus. Gegen die Wirklichkeit zu wollen, kann, auch wenn es unmöglich ist, zu einem sehr dauerhaften Ziel gemacht werden, selbst wenn du es nicht willst. Erwege nur die Folge dieser seltsamen Entscheidung. Du widmest deinen Geist dem, was du nicht willst. Wie echt kann diese Hingabe dann sein? Wenn du es nicht willst, wurde es nie erschaffen. Wurde es nie erschaffen, so ist es nichts. Kannst du dich wirklich an nichts hingeben? Gott, in seiner Hingabe zu dir, schuf dich allem hingegeben und gab dir das, dem du dich hingibst. Sonst wärst du nicht vollkommen erschaffen worden. Die Wirklichkeit ist alles und du hast alles, weil du wirklich bist. Du kannst das Unwirkliche nicht machen, weil die Abwesenheit der Wirklichkeit angsterregend ist und Angst kann nicht erschaffen werden. Solange du glaubst, Angst sei möglich, wirst du nicht erschaffen. Gegensätzliche Rangordnungen der Wirklichkeit machen die Wirklichkeit bedeutungslos und die Wirklichkeit ist Bedeutung. Denke also daran, dass Gottes Wille bereits möglich ist und nichts anderes es je sein wird. Das ist das einfache Annehmen der Wirklichkeit, weil nur das wirklich ist. Du kannst nicht die Wirklichkeit verzerren und erkennen, was sie ist. Und wenn du die Wirklichkeit dennoch verzerrst, wirst du Beklommenheit, Depression und schließlich Panik erleben, weil du versuchst, dich selbst unwirklich zu machen. Verspürst du diese Dinge, dann versuche nicht, die Wahrheit außerhalb von dir zu suchen. Denn die Wahrheit kann nur in dir sein. sage daher, Christus ist in mir und wo er ist, muss Gott sein. Denn Christus ist Teil von ihm. Das war es. König Ich kenne Ich kenne